Ah, gut, Mr. Eintracht hier. Wir blicken auf das Spiel zwischen unserer Eintracht und RB Leipzig, beispielsweise dem Gastspiel bei RB. Kurzer Zusatz aber nochmal zum Spiel am Dienstag, was ich ganz, ganz vergessen habe, denn es gab noch eine klar entscheidende Szene, was ist denn entscheidende, aber für mich eine klare Fehlentscheidung, dass der Abwehrspieler den Ball zurückgespielt hat und der Torwart ihn einfach aufgenommen hat. Also war ein ganz klarer Rückpass, den er nicht als Rückspiel bewertet hat. Für mich war das auf jeden Fall eine ganz klare Fehlentscheidung, aber wie gesagt, das war nicht der Grund, warum wir verloren haben. Außerdem noch ein Zusatz, dass viele, viele Chancen von Napoli auch durch Fehler von uns entstanden, sind, gefühlt. Also es sind wirklich viele, viele Chancen nur dadurch entstanden, dass Fehler waren. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Natürlich, weil wir in Unterzahl waren, war es noch was anderes, aber ansonsten haben wir sie eigentlich eingeladen. Die ersten 15 Minuten haben wir nichts gesehen, das war unser Fehler. Dann haben wir eine dicke Chance und dann fing es halt an. Dann haben wir sie leider Gottes stark gemacht. Trotzdem war Napoli Bock stark, also daher will ich nicht schlecht reden. Aber kommen wir zum Spiel. Er bleibt sich zwischen Eintracht Frankfurt. Der Klassiker zu Beginn noch nie hat das Auswärtsteam gewonnen. 14 Partien bei Pflichtbieren, 13 Enden in der Liga. 1 im Pokal. Immer war es ein Heimsieg oder ein Remie. Genau genommen muss man sagen, dass die Eintracht bei sechs Gastspielen bei Leipzig dreiviertel Mal verloren hat, dreimal Remie. Und dementsprechend könnt ihr euch schon ausrechnen, wie oft es bei uns der Fall gewesen ist. Beziehungsweise insgesamt waren es sieben Remie, drei Siege für RB und vier Siege für uns. Bei uns waren halt zwei Spiele mehr. Einmal durch den DFB-Vokal und einmal dementsprechend durchs Hinspiel. Fakt ist, wir sind ein Punkt hinter Leipzig. Mit einem Sieg. Dementsprechend auch daran vorbei. Und wenn wir gewinnen, könnten wir auf Platz drei rücken. Das wäre auf jeden Fall was für Platz vier ist. Vielleicht je nachdem auch drinnen. Ja, sehen wir natürlich auch wie Freiburg spielt. Fakt ist aber, wenn wir gewinnen, haben wir maximal drei Punkte Rückstand. Eventuell auch zwei. Je nachdem wie Bayern und Union gegeneinander spielen. Ich gehe aber davon aus, dass Dortmund in Hoffenheim da etwas höher gewinnen wird. Schauen wir mal. Fakt ist aber auch, dass wir bei einem Remie auf Platz sechs stehen werden. Bleiben. Bei einer Niederlage könnten wir fünf Punkte Vorsprung nur noch haben. Wolfsburg könnte maximal auf sechs Punkte rankommen. Und dementsprechend ist das ja vollkommen in Ordnung. Es sind immer noch zwei Spiele. Weit genug weg. Alles gut. Leipzig war am Mittwoch gegen City gefordert. Haben 1-1 gespielt. War aber meines Wissens sogar schon heftiger Kraftakt. Sie haben einen Tag weniger Generationszeit. Aber beide Spiele sind zu Hause. Und dementsprechend geht das generell. Denn der Volk muss beide Spiele aussetzt machen. Dann werden die drei Tage schon hart. Obwohl es auch schon bei uns in der Europa League Zeit auf jeden Fall der Fall war. Und trotzdem haben wir dann da gerockt. Grundsätzlich aber irgendwann muss irgendwann die Serie wirklich fallen, brechen. Irgendwann fällt jede Serie. Und wieso nicht ausgerechnet am Samstag? Wieso kommen wir in Leipzig einfach 2-1 gewinnen? Möglich ist alles. Aber ich kann das aktuell nicht einschätzen. Wenn wir die Fehler abstellen, die wir gemacht haben. Die ich ja im Video auf dem Rückblick zum Spiel gegen Napoli alle angesprochen habe. ist ja was möglich. Grundsätzlich ist aber Leipzig ja natürlich bockstark. Haben auch eine sehr gute Qualität. Sind auch schnell etc. Aber auch die machen Fehler. Haben sie gezeigt. Die Fehler müssen wir ausnutzen. Eiskalt. Und dementsprechend hier und da die Tore machen. Vielleicht schaffen wir es mal. Mir wäre aber lieb, wenn wir nicht verlieren würden. Ich meine sehr klar. Wer will ich schon gerne verlieren? Ich wäre sogar mit dem Remis in Leipzig zufrieden. Definitiv. Gegen den direkten Konkurrenten. Gegen so einen starken Konkurrenten. Dort zu Gast Remis zu spielen. Und der Punkteabstand bleibt gleich. Das ist so viel wert. Klar. Sieg. Nehme ich viel mehr mit. Aber Remis. Nehme ich komplett auch mit. Kommen wir aber jetzt mal. Zu meiner Aufstellung. Für mich ist es eine Dreierkette. Bisschen nervös. Keine Ahnung. Und hat er auch lange lange nicht gespielt. Weil er verletzt war. Vielleicht kam er ein bisschen zu früh. Man hat ihm aber zu viel zugetraut. Ich habe auch von Anfang an gesagt. Eigentlich. Ja. Knauf wäre mir lieber. Weil er die Erfahrung etc. Hat. Vielleicht war es auch eine falsche Entscheidung von. Sag ich mal. Von Klaasner. Im Endeffekt kann man auch sagen. Die ersten 15-20 Minuten waren ja gut. Da hat sich Butter immer gut nach vorne eingeschaltet. Ja. Wenn er da ein gutes Ding macht. Das Ding reingeht. Sag ich da. Hast du gut gemacht mit Butter. Von daher. Ja. Ich finde es aber auch gut. Und das will ich jetzt mal erwähnen. Dass Oliver Klaasner. Auch sehr selbstkritisch ist. Dass er auch gesagt hat. Ja. Er hinterfragt seine Entscheidungen hier und dort. Nicht nur die Spieler. Sondern auch. Die. Der eigenen. Und das ist so enorm. Wichtig. Und genau aus diesem Grund. Und das mache ich jetzt so als ein bisschen Ankündigung zwischendurch. Werde ich. Das Orakel. Und die. Den Blick. Auf das Spiel. Tauschen. Weil die PKs sind ja meistens so zwei Tage vorher. Und dementsprechend. Bei Außespielen. Und dementsprechend kann ich dann. Immer noch mehr die PK anschauen. Und dann ein Video machen. Sprich das Adler Orakel. Kommt zwei Tage vorher. Aber dafür kommt ein Tag vorher dann. Beim Mr. Orakel. Beim Orakel Kanal. Das. KI Orakel. Dann habt ihr halt. Nicht zwei Orakel in einem Tag. Sondern um 24 Stunden. Sozusagen fast versetzt. In etwa 24 Stunden. Von daher. Ist das. Besser. Weil so kann ich mir die PKs noch anschauen. Und wenn die Freitag sind. Dann mache ich das irgendwie nach der Arbeit. Dann kommt das halt ein bisschen verzögert. Nicht wie regelmäßig. Oder fast regelmäßig. Also heute auch nicht. Aber ich versuche dann die Regelmäßigkeit hier rein zu bekommen. Mit 15 Uhr. 15 Uhr. Fakt ist aber. Fakt ist aber. Aber auch Rode. Damit man. So die Stabilität im Mittelfeld hat. Und Kamada. Auch wenn er nicht aktuell so performt. Wie man sich das vielleicht wünscht. Weil er vielleicht mehr defensiv arbeiten muss. Als ein bisschen mehr nach vorne. Ist das. Halt. So eine Sache. Aber ich. Trotzdem. Finde ich Kamada. Da die richtige. Und einzige. Aktion. Vielleicht kann er ein bisschen mehr mit nach vorne kommen. Wieder so. Seine Qualitäten zeigen. Obwohl seine. Abwehrarbeit nach hinten. Auch wieder. Besser. Also besser geworden ist. Ich meine. Allein damals. Gegen Leverkusen. Wo er 40 Meter Sprinten nach hinten macht. Und den weggrätscht. Und sogar im Ball bis jetzt bleibt. Holy. Moly. Ansonsten natürlich. Götze Lindström vorne. Selbstverständlich. Colomuani vorne. Man kann aber auch überlegen. Ob man gegen den Fall. Boree. Mit in die Startelf nimmt. Und dann zum Beispiel. Für Lindström. Obwohl Lindström auch so wichtig ist. Aber wen willst du denn sonst rausnehmen? Wenn du Lindström rausnimmst. Wirst du Boree direkt für Colomuani spielen lassen. Ist auch doof. Und dementsprechend ist das einfach. Sehr sehr schwierig. Zu. Bewerkstelligen. Und zu bewerten. Weil Götze würde ich nicht raussehen. Weil er hat immer so einen Geniestreich. Auch wenn er. Ja so ein oder andere dumme Entscheidungen. Jetzt gegen Napoli gemacht hat. Ist halt so. Abhaken. Daraus lernen. Und in Napoli. Machen wir es besser. Aber. Vor allem werden wir in Leipzig es erstmal besser machen. Und da gewinnen. Bam. Und dann ziehen wir an die vorbei. Nein ehrlich mal. Es ist sehr 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 schwierig. Und ich bin echt gespannt. Was das wird. Wichtig ist einfach. Dementsprechend. Bam. Wir müssen ruhiger bleiben. Gelassener. Und dann wird das auch was. Auch nach dem. 1.0. Bzw. 0.1. Aus unserer Sicht. Und dementsprechend. Nehmt das mit. Ruhiger zu sein. Und ich kündige euch jetzt an. Dass ich am Wochenende. Kein Livestream mache. Weil ich einfach mal. Etwas. Ruhe haben muss. Ich weiß nicht. Ob ich das Eintrachtspiel. Überhaupt sehen kann. Und wenn ich sehe. Dann möchte ich es eher mal. Ruhig und gelassen. Genießen. Und nicht immer so mit Stadion. Sag ich mal. Ist geil. Klar. Stadion. Aber ist auch einfach mal. Ein Ausländspiel. Ohne. Ein Stream. Wisst ihr was ich meine. Einfach mal. Ganz in Ruhe. Zuhause. Was man in Ruhe. Während des Spiels. Nennen kann. Man regt sich ja trotzdem auf. Einfach mal. Entspannt. Fußball schauen. Und dann direkt. Offen gehen. Weil es ist schon. Anstrengend. Und ich brauche mal wieder so. Ein Wochenende. So. Me Time. Kennt ihr das einfach nur. Zeit für sich. Und so ein Wochenende. Brauche ich mal. Ich hoffe ihr habt. Das Verständnis. Dann kann ich hier auch. Noch ein bisschen. Räumen. Ihr wisst ja. Dass ich eigentlich. Und die ganze Zeit räumen möchte. Aber. Ihr kennt das. Man kriegt sich nicht so rum. Sag ich mal. Hier aufzuräumen. Hier umzubauen. Eher gesagt. Und dementsprechend. Wird das noch was. Aber dann. Hoffen wir dann. Dass wir bald. Oder ihr. Bald einen anderen Hintergrund sehen. Könnt. Ich sag auf jeden Fall ja. Arrivederci erstmal. Wir sehen uns ja. In den Videos. Auf meinen Sportkanal. Kommt übrigens morgen. Ein interessantes Video. Was als regelmäßiges. Format genommen wird. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann sag ich ja. Arrivederci. Bis dahin. Und. Ciao, ciao.